Eigentlich möchte man meinen, ja wenn draußen der Sommer eigentlich ist, dann sollte man auch draußen sitzen. Fakt ist, bei uns geht gerade so ein bisschen die Welt unter und es regnet richtig extrem. Deswegen habe ich mich jetzt wieder nach innen verzogen, um das zweite Vlog-Video heute zu machen mit einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs. In dem Zusammenhang geht es um das Thema und zwar Lipödem-Behandlungen, die jetzt steuerlich abgesetzt werden können. Doch um was handelt es sich? Also grundsätzlich, vielen ist das Ganze einfach bekannt als Fettabsaugung, ist ein Thema, was zumindest nach meinem Kenntnisstand überwiegend Frauen treffen soll. Und zwar geht es dort um ein Problem, dass die Fettverlagerung bzw. das Fett im Körper nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern sich an bestimmten Positionen, Arme oder eben auch Beine ansammelt. Und dieses Lipödem-Thema ist ja auch sehr heiß diskutiert, weil auch zumindest lange Zeit die Maßnahmen dort umstritten waren, wie man das Ganze bekämpfen kann. Hat ja auch dann Schmerzen zur Folge und so weiter und so fort. Und jetzt hat der BFH gesagt, ja, ab 2016 ist das aber alles ein bisschen anders, denn in dem Zusammenhang ist es so, dass man ab 2016 hier diese Lipödem-Behandlungen im Grunde als außergewöhnliche Belastungen absetzen kann. Doch worum ging es eigentlich im Urteilsfall? Im Urteilsfall ging es im Großen und Ganzen darum, dass eine Frau 2016 und auch davor natürlich schon an diesem Lipödem-Lit bzw. da auch die Empfehlung war, eine Liposuktion zu machen. Das ist hier auch zur Verhinderung der sogenannten Chronizität, also es kommen hier ganz medizinische Fachbegriffe dazu, wo es einfach darum geht, dass man hier diese Liposuktion durchführt. Das heißt, es wird im Grunde Fett abgesaugt aus den Armen, aus den Beinen und dann wird im Großen und Ganzen das einfach gemacht, damit es hier keine chronischen Schäden, Fettgewebeschäden oder auch Schmerzen und Sonstiges nach sich zieht. Das Finanzamt war der Meinung, ja, ist nicht absetzbar, weil man muss dazu sagen, die Krankenkassen übernehmen das aktuell auch noch nicht. Meines Wissens ist es da auch so, dass es hier Studien gibt, die aber erst in den nächsten Jahren dann fertig werden, wo es darum geht, ob das alles sauber funktioniert, also dass das auch auf der höchsten Ebene abgeklärt ist, dass es von den Krankenkassen zumindest übernommen wird. Aktuell wird es ja nicht übernommen. Also bedeutet, jeder, der hier diese Liposuktion durchführt, muss die Kosten selbst tragen. Und das kann durchaus mal schnell einen guten fünfstelligen Betrag kosten. Meines Wissens war in einem Fall, der mir selber bekannt war, von einer Bekannten ca. 15.000 Euro, was so eine Maßnahme kosten kann, bedeutet hier natürlich, das geht ins Geld. Das, ja, die Krankenkasse hat das nicht übernommen und das Finanzamt hat dann gesagt, nö, ist nicht absetzbar, weil, also außergewöhnliche Belastungen, weil an der Stelle es sich hier nicht um eine medizinisch anerkannte Maßnahme handelt. Die alte Rechtsprechung, auf die sich hier das Finanzamt bezogen hat, ist schon überholt, war von 2010 und 2014, 2010 im Großen und Ganzen, weil damals das letzte Mal zu so einem Fall geurteilt worden ist. Es bezog sich dann auch hier auf das Thema und sagt, ja, aber so eine Liposuktion ist doch auch eine Schönheits-OP. Und da habe ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht, über das Thema Schönheits-OPs. Und diese sind ja nicht als außergewöhnliche Belastungen absetzbar. Primär ging es hier jetzt aber auch damals um eine Brustvergrößerung, die auch keine psychologischen Gründe hatte, sondern primär einfach einen Schönheitsaspekt hatte. Bei der Liposuktion handelt es sich, wie gesagt, aber um eine Maßnahme, die an der Stelle einfach, ja, sage ich einmal, auch medizinisch notwendig ist, weil sie Schmerzen verursacht und so weiter. Und da ist es so, dass hier das Finanzgericht gesagt hat, ja, das könnte man aber auch anders sehen, weil in dem Zusammenhang hier, ja, das, hier die Liposuktion, seit 2016 zumindest, hier wissenschaftlich zumindest in Teilbereichen anerkannt ist. Und das Finanzgericht dann gesagt hat, das lassen wir uns aber nochmal backchecken, im Grunde durch den BFH. Und der BFH hat gesagt, ja, BFH bestätigt die Entscheidung des Finanzgerichts und sagte, dass ein formaler Nachweis, und das war auch ein Punkt, nicht vor, im Großen und Ganzen der Maßnahme vorliegen muss. Denn, wie gesagt, wenn eine Liposuktion bzw. Lipidim vorliegt, dann muss hier grundsätzlich irgendwann ein auch Gutachten vorliegen und es muss nicht zwangsläufig vor der Maßnahme sein. Damit wird im Grunde die Liposuktion nicht mehr als kosmetischer Eingriff betrachtet, sondern als Maßnahme zur Schmerzlinderung und Vermeidung von Sekundärerkrankungen. Und der BFH sagt zudem, ja, wir erkennen zwar an, dass man hier im Großen und Ganzen wissenschaftliche Nachweise braucht, diese sollten aber nicht überspannt werden. Bedeutet, dass hier auch ein normales ärztliches Attest ausreichen kann, um die Zwangsläufigkeit der Aufwendungen nachzuweisen. Bedeutet, kein umfangreiches medizinisches Gutachten mehr, keine Anerkennung von den Krankenkassen mehr notwendig, weil es hier einfach auch um eine Schmerzbehandlung geht und nicht um eine Schönheits-OP. Es gibt aber, muss man fairerweise dazu sagen, es gibt weitere anhängige Verfahren, die hier auch die Revision zugelassen haben und wo es wirklich darum geht, um Verfahren, die für das Jahr 2016 und danach eben greifen können. Fakt ist aber, nach aktueller BFH-Rechtsprechung ist es so, dass die Liposuktion jetzt als außergewöhnliche Belastungen hier zumindest anerkannt wird und damit auch, wenn du davon betroffen bist, hier das Ganze natürlich in der Steuererklärung als außergewöhnliche Belastungen absetzen kannst. Hier natürlich immer auf die Hinweise auf die Regelungen bei den AGBs. Aber ich sage mal so, die meisten werden hier natürlich mit den Kosten so hoch sein, dass es hier auch keine Probleme bei der Absetzbarkeit gibt. Ansonsten, hast du weitere BFH-Urteile, FG-Urteile, die wir mal besprechen sollten, kurz teasern, runden in die Kommentare, dann schaue ich es mir an. Und natürlich, wie immer, denkt daran, Steuern spart, wer Steuern plant und liken, teilen und weitersagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt gesund.